Als ich begann Musik zu machen vor dieser Band stellte sich die eine Frage, welches Instrument will ich lernen? Was würde gut zu mir passen? Und so entschied ich mich für eines mit Tasten hatte zwei Jahre Keyboard-Unterricht doch die Keyboarder blieben lieber unter sich denn auch wenn es mir peinlich war wie meine alten Sandalen musste ich die Tasten, um sie mir zu merken, anmalen damit ich immer weiß, wo ich drücken muss sind die Tastaturen bunt geblieben bis zum Schluss irgendwann hab ich gewusst, das kann es nicht sein und neue Instrumente redeten auf mich ein nimm mich doch all die komplizierten Dinge wollte ich einfach nicht keine Notenschlüssel lernen, keine Tonleitern aufbauen ich wollte einfach irgendwo draufhauen und das hier ist mein Schlagzeuglied in dem es nichts außer Schlagzeug gibt vielleicht ein bisschen was, ohne wäre wohl zu krass aber dann war's das aber dann war's das das hier ist mein Schlagzeuglied in dem es nichts außer Schlagzeug gibt weil dieser Junge sein Schlagzeug liebt und es geht um Klatsch und es geht um Klatsch um Klatsch so eine Geige ist was Schönes ein sehr schönes Instrument was ist schöner, ich sag's euch Schlagzeug Schlagzeug eine Oboe ist was Schönes ein sehr schönes Instrument was ist schöner, ich sag's euch Schlagzeug ein Fagott ist was Schönes ein sehr schönes Instrument was ist schöner, ich sag's euch Schlagzeug und das hier ist mein Schlagzeuglied in dem es nichts außer Schlagzeug gibt vielleicht ein bisschen was, ohne wäre wohl zu krass aber dann war's das aber dann war's das das hier ist mein Schlagzeuglied in dem es nichts außer Schlagzeug gibt weil dieser Junge sein Schlagzeug liebt von Pesk ist um Klatsch um Klatsch na